Willkommen zurück zu einer weiteren Oscar von WS4, dem Remake für die PS5, wir machen einfach den Durchlauf nur mit Knarre und mit Pistole spielen. Ich glaube, die zu uns sieht gar nicht mal so gut aus. Gehen wir auf jeden Fall hin. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. So, wir halten es noch mal ein bisschen mit dem Fisch. Lecker, schon noch ein bisschen Kraut. Passt also. Gut, ich glaube, ich habe nachgeschaut gehabt. Ich glaube, ich kann ja nichts weiter tunen. Nein, da wollen wir weitermachen. Und los geht's. Ja, wer kann das nur sein? Lassen Sie uns ein Spiel nach der anderen Seite. Wo ist der Weg? Ähh, wir sind kaputt. Egal, ist es so, wir sind durch. Oh fuck. Hat jemand die gleiche Idee ab wie ich? Lauf, 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 Lauf. Lauf, 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 Lauf. Lauf, 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 Lauf. Für sie. So, jetzt sind wir noch am Mebel. Haha. Ist du da hinten? Warte mal, wie ging das nochmal? Da hinten ist ja, warte mal, hier, Granaten. Pass auf. Wir haben ja da hinten was fürs Tor und noch was fürs Tor, sagte ich gerade. Haha. Geht doch. In Abkürzung. Das Schwung und hat den Großteil vom blöden Weg. Ja. Gute Nacht. Scheiße, das wollte ich nicht umlegen. Nein. Da habe ich das mal ganz kurz hier. Genau, das wollte ich. Du, ihr kriegt niemals Leben. Ihr werdet mich niemals besiegen. Sag dich doch. He-Man. Okay, jetzt habe ich Angst. Ja, noch so einer. Wir getöten mir echt auf den Sack. Me too. So, bei Treppe da oben, äh, leider bei oben, da können wir jetzt nochmal abkassieren. Ich will doch zu gern auch mitnehmen. Wie schon hier bin. Ja, ich hätte es auch vorhin machen können, aber egal. Ich hätte es auch vorhin machen können, aber egal. So, gute Nacht. Die Säcke ignorieren mich einfach. Das finde ich nicht gut. Ich bin ja vielleicht dabei, haufenweise von euch nieder zu mähen und ignorieren mich einfach. Das ist doch sehr, sehr unhöflich. Ich knüpfe dich mir auch noch vor, Kumpel. Ich knüpfe dich mir auch noch vor. Boah. Boah. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn ich den Typen vorher ignoriert hätte. Ja stimmt, die Kastelane hat sich schon kaputtgeballert, aber war ja nicht noch irgendwas versteckt? Warte mal, ne. Sieht nicht so aus. Aber Kastelane bleiben kaputt, wenn die kaputt ballert, merke ich mir. Ja, Hallöchen. Die wollen hier alle hoch. Oh, ich geh runter. Tschüssi. Der kriegt mich niemals lebend. Ja Freundchen, aus dem Weg, ich hab's eilig. Aus dem Weg. Das sagte ich ja gerade, ne. Ui. Hallöchen. Was bist du? Ganz genau, Kumpel. Wer bist du? Ganz genau, Kumpel. Wer bist du? Ich lass mich bloß in Ruhe. Ich muss mal runter. Ich sag, ich muss mal runter. Gute Nacht. Sorry, keine Absicht. Die Bär, ich war eine Backe. Okay, von mir aus war es Absicht. Ich hab' mich noch gerne mit. War hier oben noch? Nee, oder? Nee. Ja, hier war es, oder? Erwischt. Ach, Tor hat sich überlebt, wurde von eigenen Typen da kaputt gemacht. Sehr cool. Hallöchen. Wie, wie war es lebend? Ey, ich bin gerade hier hoch und nicht runter, du Lümmel. Da lang. Na, hier war es so. Eine Schublade gewesen, aber ich hab' keinen kleinen Schüssel mehr. Na, hier war es so. Na, hier bist du, sie haben es gesagt. Da hier war es so. so er trüben ist die tübe genau ins auge sehr schön und gute nacht ja ein bisschen weiter weißt du erinnerung was muss ich nicht so aus für sie kakao ja ich auch schön dass wir nicht uns da so einer meinung sind wo bist du ja die ist genau hier können uns auch jetzt kommen rein da ich habe solche angst ich war plötzlich überhaupt nicht mehr ich selbst ich war etwas anderes das muss schrecklich gewesen sein ich weiß angst zu haben ist okay so und verblieben wir mal und weiter geht's schreibmaschinen noch mal kurz hier speichern so wir sind schon bei viertel neun ist doch wunderbar so und weiter geht's hier bei ist du wo bist du treibt nicht zu weit Prinzessin der jeweils durch so genau eigentlich mal um heute noch eine Kleinigkeit ändern die Kleinigkeit ändern müsste nicht warum ist denn das müsste doch irgendwo sein vielleicht wieder schon vorbei hau dies richtig und wichtig hätte ich gerne ja wo haben wir schon mit den untertiteln untertitel würde ich gerne ausschalten wollen weil man sprache und ut richtig untertitel aus perfekt das wollte ich haben er weiß vielleicht können wir sogar wirklich machen ich habe das ja schon gespielt so aber ich möchte jetzt mal ohne spielen mal so ein bisschen mehr so vom spiegel diesen welchen ich schon hier durch diese da kam hier kam speed racer einmal die mann wheels wir können ein paar von den abschließen steht ja nirgendwo dran dass ich das nicht machen darf schießpulver und dann geben sie ja items das ist gut ich hasse es mit den hunden ich habe ja noch flinten die könnte ich eigentlich mal waffen herr waffen verkaufen da und die gesichtet die und diesen nerven stoppte külter knack erst die verspringen aber denn da war glaube ich auch eine kiste gewesen ich war ja da war das mit der kiste genau und die schlange glaube ich jetzt rinde ja eine weibung gibt man ja ich höre genau auf alle möglichen geräusche ich habe keinen bock irgendwie von einem tier überrascht zu werden ich höre hund ich höre hund boah penner bleib liegen bleib liegen und die jetzt haben wir uns wahrscheinlich nur weibereien ich halte so noch bis jetzt hier ein kraut dafür verwende ich will den nächsten körper hier nächsten und ich schieße doch schon eben halt jetzt nicht für den schlechten menschen nur weil ich tierinnen im käfig schließe ja ich hab dich gesehen ich hab dich gehört ich hab dich gehört ich weiß dass ich noch ein paar sind da der kommt ruhig her ja pssst haha eh ganze schachbrett hier kommt glaub ich nichts reingesprungen ne ok gegen menschheit um ich hole die johann die da und die ist tot wunderbar ich hab's gesehen so da sind die toten hundis ergeben kurz mal hin ich muss genau hier auf die umgebung achten genau auf geräusche achten ich habe keinen bock den ihr von hunden überrascht zu werden pst der belegen lösche ich glaube die haben rotes kraut drin war es nicht so gewesen ja ne blendgranate knack ne stimmt ja hier boah du scheißvieh komm her oh es sind sogar zwei sehr schön scheißviecher verletzt nein alles gut ich hoffe es hilf mir hier mal kurz du drückst mal in den schalter und ich geh mal hier hin vorsichtig ja ja ich passen auf und drücken und weiter geht's ja ich komme schon wenn ich auf dem weg bin ich auf dem weg bin ich auf dem weg denn hier bin hier ich kümmere mich um sie schon besser rein geht er mir raus so lieber ist du so und noch mal schön reingetreten wir blieben dusche schön kopf und den alten herr schläger die wirst du 1 noch da oben das kriegen wir noch hin 1 kopf und den alten herr schlägt endlich raus aus diesem geschissenen irrgarten ich höre noch mehr külter er schlägt auf der balsal kann nicht weit sein nein ach ja jetzt kommen wir so bescheuerte ritter mal gucken wie ich das löse aber ich glaube ich kann man die knarre jetzt verbessern ich hoffe es zumindest dass ich hier jetzt meine knarre verbessern können ja ich weiß welch du meinst wir sind also halte ich schon mal fest währungsverstöne es wird gleich richtig interessant werden ich habe was neues wirklich ich kann tun ok sehr gut auf jeden fall mehr schaden langsam verstehen wir deinen geschmack fremder probier mal wie sich das anfühlt jemand wie du sollte den unterten mehr lässt sich wirklich nicht rausholen bist du beeindruckt kleinigkeit wir müssen uns verkaufen so das hier das hier das hier ja doch ich kaufe danke auch langsam verstehen wir deinen geschmack fremder ja ich kann natürlich noch hier die sache noch ein bisschen verfeinern mache ich am besten auch ich will schlicht auch noch obwohl ich kein essen kommt benutzen zack sie an heil item so verkaufen du hast noch mal ja hier hier in dem bereich war es genau richtig ich ich finde ich auch noch einen tauschen gegen irgendwer das ja habe ich unterwegs welche gefunden um es zu wissen sehr cool dann kann ich nur die runden einsetzen ich war so ein rotes so 1 und 2 aber man gibt ja jetzt auch nicht so viel wir sind ein bisschen aufheben für die krone wir haben eine krone da kann man schon viel reinstecken ja ja so hier waren wir die klima auch ein bisschen so weiß ich auch ziemlich wertvoll dass hier zack so und die uhr da kommen da habe ich auf jeden fall aufheben für die krone wir können ja trotzdem hier zack zack hier verkaufen wir das weghauen ja das hier auf jeden fall das hier das hier das hier ja dafür lasse ich einiges springen schade dass diese waffe damit am ende des machbaren angelangt ist die hat es in sich für den hausgebrauch mein rücken bringt mich um die jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen aber wirklich nur für die red nein schade ansonsten hätte ich die firma verwendet so wir gucken mal ja ich merke deutlich unterschied doch doch ich merke eindeutig unterschied ist gut so sollten wir gucken ja kommen wir gucken mal wir haben ja ein paar stungs die kommen ja ein lösen habe ich nichts aufgehoben alles klar der koma aubert selten ist legendär da mit den silberding aus legendäre seiten ist ja mega geil da werden wir sofort jetzt hier beim dings einsetzen da ist das neues reingekommen das könnte dich interessieren obwohl warte mal warte mal ist doch eine schätze die warte warte ist mir gerade eingefallen warte nee pass auf ist mir gerade eingefallen nee ich kann das doch nicht verwenden nee warte es steht doch schön gut aber ich darf doch nicht nee dann dann da war auch was gewesen warte mal hier ich verkaufe trotzdem erstmal was ich habe harmonie aufgehoben unterwegs warte mal ich glaube ich mache auch noch die chance dass ich ja nur bestimmte sachen verwenden darf hier finden die muss auch weghauen hier gewehrmonie das kann auch weg so rätselmunition ach die rätsel geworden das nochmal der pissen ratten muss ich gut machen aber muss ich aber auch nicht ich mache es trotzdem hey kommt zurück stopp micky und noch mehr kommt noch mehr komm herr du kleine ratte ok mega also wir gucken uns noch mal die bilder noch mal an ich kann mir die bilder nie merken wem was ist also gut bei der frau ist nichts ok bischof metra gabel lehrer teller ok da ist ein brot das darf nicht da sein da ist ein brot mit auf dem teller das hier das ist es setz dich gut bei mir beim mann da ist brot und wein ja allerdings habe ich meist nicht so eine nette begleitung ist das ein kompliment das überlasse ich dir brot und wein aber hatte ich da den einen löffel mit dabei warte mal oder ist das war so eine gabel warte mal egal wie das könnte hinkommen aha scheint wir lagen richtig wird manchmal ein bisschen unsicher so auf jeden fall abspeichern für den fall dass ich sterben sollte dann kann ich wenigstens mal neu laden ich will nicht hoffen dass ich sterbe so erstmal nicht ritter ich komme erst mal um die ritter blau ob ich jetzt noch mal alle sammle keine ahnung aber ich hole das erstmal weg sieh mal die rüstung die könntest du sicher als kugelsichere westen beste nehmen bisschen zu altmodisch für meinen geschmack schade die würde dir bestimmt zu verstehen abwarten das stimmt die wurfst du dann herunter da war ja nichts ok immer gespannt wie ich das jetzt lösen werde erst mehr herumlaufen als einsammeln ja ja sei bitte vorsichtig das stimmt ich kann jetzt mehr muni ja da war ja was magazin kapazität erhöht so nehmen wir den kopf noch mit ich den kopf verlieren ja ja mal gucken wie ich das jetzt regeln werde das ist doch nicht euer ernst wie das denn ernst ist ja gut ich kann auf jeden fall schießen jetzt mit dem ding wow so nächste bitte fertig was damit so verfallen verfallen das ist ja größt wie alter keks boom schakalaga bleib liegen du scho bleib liegen du scho knack knack ich knackig bam hab dich okay ja buenas noches caballeros buenas noches caballeros okay ja? hast dich nicht verbrannt? nein danke für die hilfe das hat es echt rausgelissen so 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 gut die wapp macht jetzt auch schon viel schaden quater bam daraus hier so oben links lang oben links da wurde ja da war noch eine ratte wir gucken ob die jetzt noch da ist zwei so so abspeichern da kommt mein lieblings abschnitt oh wie ich den liebe den abschnitt sieh dich um dir fällt mit sicherheit was ins auf warte warte ich kann ja eigentlich die quarry einsetzungen machen hier so hab dich und theoretisch in der großen eingangszeit ist ja auch noch was was ich mit öffnen kann sollte ich sollte ich nicht ja ja die fragen aller fragen seien oder nicht seien das ist die frage ich bin halt ein bisschen unsicher auf jeden fall hier oben muss ich nachgucken eine schwelle kenne hat der ab abgespeichert ähm das tank muss stimmen kacke ich hab's vermasselt das ist genau das wollte ich keinen bock habe ja ja das war's gewesen ne ja okay nur mal kurz noch mal geladen ich hab da echt keinen bock drauf ne weil du bist du da unten und dann kommen da so viele gegner und das nervt einfach nur äh deswegen machen wir das einfach so hier das ist halt quasi richtigen timing an die granate werfe die sterben oder sind paralysiert was auch immer ich hab die schwelle kann diesmal nicht dabei blöd bist du immer die ok versuch mal richtiges timing normal granate das dürfte ihnen gefallen haben na na das hast du nicht umsonst gemacht heute sag doch wenigstens bescheid das hast du nicht umsonst gemacht so müssen wir halt altmodisch rangehen hier aber egal machte mittlerweile so viel schaden das ist eigentlich kein problem darstellen hey knack knack wo sei ich echt leben ist ne ernsthaft fragte ist ne ernst gestellte frage jo knack ja es ist isoliert also sie ist immer nach oben gut so gut genauso wie ich es mir vorgestellt habe das bedeutet ich bin hier unten alleine kann mich in ruhe um die ganzen idioten hier kümmern gut sie ist runter gekommen wunderbar das schmelzen sie wie so ein altes Stück Käse ist inINA ist es in ist es hin nach oben geht weil du musst der letzte kopf machen so hebel umgelegt und wer jemand kommt sie dann die quere ich hoffe es ist nicht so positiv moment ist noch was zu kaputt machen so ganz schnell ich weiß dass der gleiche leute kommen die uns einen kleinen besuch aufstatten wollen sollte ich das erst mal richtig schön rüberkommen kommst du so wohl mädel nein nein ja ich warte um ich bin noch schnell auf dem weg was zurück das heute umstehen bleiben ich bin stoff wie auf weg nach oben habe ich übersehen damit schön für pistolen mit damit kann ich es in der ganzen armee aufnehmen weiß ich auch gleich auf mich zukommen wollen marcelo der kaputt gut wollte mal gucken wollten mal nachgucken den vergleichen kommen kommen rüber kommen rüber jetzt kommen wir auf weiße gegner kommt oder auch nicht wollen sie nicht da kommen sie schon decke da hat es nur ein bisschen gekitzelt ok so schon mit messer rein geht der raus so knack okay ganz überstehen um zu sterben ist gut es ist wirklich so eine richtig blöde stelle ich glaube ich habe hier oben waren irgendwo ein blaues nicht wahr ich glaube hier oben waren irgendwo ein blaues nicht wahr knack kinder dann gleich kommt es lang gerannt das will ich noch mal kurz in die szene los ich laufe nicht weg warte auf mich leon ich war öfters ich warten jetzt sind wir erst mit ihren neuen coolen outfit hier kann man spieler eine team und wheels outfit sieht wirklich schick aus weiß ich ja wo es lang geht also eigentlich weiß ich ja wo es lang geht so etwas runter warte mal warte mal 1104 war glaube ich das passwort ne dann sprach ich mir den ganz weg durch die bibliothek 1104 was hat sich der papa doch gemerkt was ist das sind die ritter die jetzt unterkommen aufzug ist da so knöpfchen gedrückt naja wir sind noch nicht ganz durch ich erstelle was habe ich gerade gesagt so wie es natürlich immer ist wird es natürlich nach verziehbar ignoriert bekommen meiner welt erstell war das muss wir können ja paradisieren so und ich werde auch gebrauch machen da es war ein gutes recht da nicht da nicht da da auch scheiße eine rössung ist egal ne das ist die präsenten tochter ist dass sie eigentlich entführt werden müssen so ne juck die nicht juck die nicht juck die nicht ja die große goldene rüstung ja die ist cool naja du bist hier der kreuz wird mal wir packen schon mal in den runden ok halb gibt mir den halbmond so wie ein halbmond der halbmond der musik trüben ja ja gegen halbmond ausgetauscht so schade dass man da und dieses kreuz wirft während sie sehr interessant haha komm mal zum papa leider ja ja wir haben das wofür wir hier waren wir rennen jetzt wieder raus hoffen wir mal dass sie es tun wenn nicht ist blöd wow komm mache auf wir müssen hier raus so zack leben kriegt ihr mich nie hier ja gut wollen wir auch nicht lebend sonst würden sie mich alle fühlen nicht gleich mit dem schwert losgehen ja jetzt kommt da gleich so ein blöd mal die treppen runter da muss ich halt aufpassen weil der killt mich halt immer jedes mal wenn ich da entlang rennen deswegen sind wir mal ein bisschen vorsichtig wir spielen jetzt mal die jungfer in nöten weil blenden können wir nicht wir können wirklich nur wegrennen wir können das richtig abteilen und wegrennen gut weiter rennen weiter rennen weiter rennen komm aber gleich muss ich mal die karte aufrufen weil gleich habe ich wirklich nicht wirklich Ahnung wo wir dann lang rennen müssen also wir müssen auf jeden Fall hier rein hier müssen wir rein die waren das nochmal die waren das nochmal ist eine gute frage ich glaube da war da nicht eine tür gewesen wo wir dann durch müssen können wir besser da hinkommen tschüssi gut ja ja wir müssen hier hoch ich glaube hier oben war noch einer oder Nähe Schnee das Ding rein Und dann weg, ja Okay Leon! Ashley! Alles okay? Ja Warte, ich hol dich da raus Hey, hier fang! Kommst du runter? Ich fang dich Ja, ist gut Ashley! Ja, ich bin recht wenig So, speichern, dann geht es weiter Aber hey, wir haben es geschafft, ohne zu sterben Und jetzt sind sie noch maximal Ja, okay, aber geschafft, ja Ich habe mir die Knarre modifiziert Aber anscheinend können wir dich nicht weiter verbessern Schade So, weiter im Text Wir haben gespeichert, kann von mir aus weitergehen Ja, stimmt Mit den Superformen-Tikel Also auf Maximum Dann haben wir mit den Superformen-Ticket Nochmal verbessern Ah, da war ja was Ich habe es eilig Immer noch dieselbe Immer noch dieselbe, genau Hier drin gibt es noch eine Ratte Die müssen wir noch kaputt machen Momentchen Da Ja, ob wir denn... Nee, komm, mit den Ritter machen wir jetzt nicht Wir machen jetzt doch die Ratte tot Und dann nichts wie raus hier Da Rattenbastard erledigt Jetzt können wir auch zurückgehen zum guten alten Waffenhändler So So, guck mal hier Pistolen, Muni So Wie Oh, sieh dich einer an Ich habe was Neues für dich Weiter tun können wir nicht Jetzt haben wir wirklich schon auf Maximum das Ding gemacht Okay, gut Na dann Was kann ich für dich tun? Was kann man hier eigentlich ertauschen? Wir haben 10 insgesamt Schwarzer Koffer Kräuter Sind eine feine Sache Das stimmt Man kann damit heilen, töten Einfach alles Hahaha Vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen für meine geile Knarre Das ist, was ich derzeit habe Mach mal, wir haben eine Schutzweste Weniger Schaden, gib her Keine Sorge Bei Bedarf kann ich sie dir natürlich reparieren Cool, sichere Weste ist ja vollkommen legitim Deine Kohle Oder dein Leben Die Entstelle ist ziemlich groß Erfüllt seinen Zweck So viel ist sicher Wäre man gerade nicht, ne? Kann ich sonst noch Stirb mir da drauf Stranger Ja, wir tragen die Kugel sicher Wüsste gerade nicht Also optisch ist da jetzt nicht zu sehen Naja Aber egal Sie schützen uns dafür Das ist gut So Jetzt wo sie entführt worden ist Muss auf jeden Fall Da hier vorne Links abbiegen Grüber springen Wir können ja gleich eine Abkürzung nehmen So Au Ich hasse diese Insekten Ich hasse diese Viecher Die stirbt Ja Bleib liegen Kurz mal eingeschlagen So Erste Verspreek Was haben wir noch? Schöne Granate Yep Die werden schönes Masse Anstellen Habt ihr echt? Schießpulver Okay Hier kommen gleich Und wirklich viele Gegner Deswegen Nicht so lange An der einen Stelle aufhalten Eklig Die sind überall Ja Knack Ich weiß, dass sich hinten noch was befindet Mein Schatz Ein Schmuckkäfer Ach wie passend Aua Natürlich muss ich ganz dringend Da ist die Leiter Da hoch Der Papa ist eilig Ne Anscheinend nicht Hoch da Komm Komm Penner Ja Messereien Wider mal raus Oh fuck Ja Der hat ja nur simuliert Ich werde mal schön liegen da Da Hebel betätigen So Mal sehen, wo wollen denn die nächsten Ich auch Wir sind da drüben hin Penner So Grün-Rot Hersteller mit dem gelben Meins Ah du blöd Mann Scheißensekt Und leg noch was Moment Nicht so lange hier aufhalten Nicht so lange aufhalten Hebel betätigen Und weg hier Ich glaube ich bin hier richtig oder Das könnte glaube ich sogar hinkommen Ich glaube ich bin hier ja perfekt die werde ich niemals besiegen das ist genau der richtige ich und ärger ja so mein motto jetzt gibt es eher grund es kommt noch härter ja meine absolute lieblingsszene gut mal sagen wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder wenn ich meine stelle spiele bis dahin will ich sagen passt euch auf was gute freunde